Ja, es war sehr eng und gerade der Anfang ging noch gut mit der ersten Serie, dann die nächsten ein, zwei Serien waren dann nicht so berauschend, aber zum Schluss hat es dann wieder gepasst und es hat dann für Gold gereicht. Ja, ein Finale ist immer mit Nervosität verbunden und auch hier unbekannter Stand, neue Anlage und dementsprechend ist die Nervosität immer mit dabei.